So, da sind wir noch mit einer weiteren Day Trading Idee, Matic, USDT, ich trade hier diesen weißen Bereich, der erstreckt sich von 1 Dollar 11,5 bis runter zu 1 Dollar 10, ganz genau, Stop Loss liegt bei 1 Dollar 8,5, Take Profit liegt bei 1 Dollar 25, 1 Dollar 25, 8 ungefähr, also 1 Dollar 25, ich hier auch, das ist nur 1 Take Profit, hier wird der Trade komplett geschlossen, hier unten wird der Trade komplett geschlossen, ich trade diese weiße Sequenz, ist bestätigt, gelbe Struktur hier, werde von diesem Tiefpunkt zu diesem Hochpunkt, hätte gleiche Ziellevel wie die weiße Struktur, also sieht alles sehr gut aus, euch ein schönes Wochenende, ciao, ciao.